Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Digga's Adventure und dem Event Digga's and Dragons. Dann dackeln wir jetzt mal hier rum. So, ich darf mich nehmen da. Na. Da ist auch noch ein Weg nach draußen, an dem wir jetzt erstmal da gucken. Okay. Nur SOS, gut. So. Okay. Okay, was willst du denn von mir hier? Geht nicht. Okay, erst quatschen. Gut, gelange durch die Wüste. Okay. Solche schreiben. Ich ziehe in die Schlacht. Ich bin kein Dichter. Ich bin der Schatten, ich bin die Kraft und ich bin die Rache. Okay. Okay. Hier ist schon klar, dass du nicht alle lesen musst, oder? Ich wollte aber alle lesen, jetzt würde ich mal alle lesen, ist das auch nicht richtig. Aber erstmal hier gucken, wegen Schatz. So, einmal, zweimal, dreimal, zweimal, noch dreimal. So, na, da war einer zu weit. Was gibt hier einmal? So, einmal, zweimal. Um. Um. Das war das. So. Übersehen habe ich ja nichts mehr, ne? Ja, nee. Wenn das da oben weiter... Wenn das da oben weiter geht, dann muss ich erstmal das Foto holen. Da geht es nicht rein, da geht es nicht rein, da geht es nicht rein. Ach, hier war noch ein Foto, okay. Ich dachte, da würde es weiter gehen. Ach, ich kriege es kopf. Ja gut, dann soll es auch schon wieder gewesen sein. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, lasst mir ein Like und ein Abo da. Folgt mir auch auf meinem Gaming-Kanal, Toto spielt auf YouTube und auf Twitch. Bis zur nächsten Folge und Tschüss sagt der Toto. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Outro.